Hier auf dem Nordostkanal ist es ja wie folgt, wir haben ja ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, bis zu 40.000 Schiffen im Jahr oder ein Ladungsaufkommen von bis zu 100 Millionen Tonnen im Jahr und aufgrund dieser Verkehrsdichte und des engen Reviers ist es natürlich erforderlich, dass man, ich sag mal, so eine Art Spezialisten hier hat und das sind wir, würde ich mal sagen, vom Verein der Kanalsteuerer, also ein Verein von ehemaligen Schiffsoffizieren und Kapitären, die aufgrund ihrer besonderen Ausbildung befähigt sind, Schiffe durch den Nordostseekanal zu fahren. Es ist ja aufgrund des Reviers und der Enge des Reviers und auch aufgrund des Tiefgangs erforderlich, hier exakt und vernünftig zu steuern oder auch die Mitte zu erhalten und nicht an die Böschung zu kommen, sodass ein gefahrloses Passieren und eine gefahrlose Passage möglich ist. Kommen wir zu dicht an die Böschung, setzt das Schiff gegebenenfalls ab. Das sind also physikalische Gegebenheiten, die dann in dem Moment eine Rolle spielen. Hat das Schiff einen Tiefgang von neun Metern und man kommt zu dicht an die Böschung, dann entstehen eben Drücke, die das Schiff letztendlich vielleicht zum Stranden bringen könnten. Und um das zu verhindern, sind wir eben da. Also wünschenswert wäre natürlich, dass man der meistbefahndsten Wasserstraße der Welt mit bis zu 40.000 Schiffen im Jahr und einem Ladungsaufkommen von zwischen 80 und 100 Millionen Tonnen einfach auch gerecht wird, dass diese Wasserstraße dementsprechend auch auf Dauer und auch kontinuierlich passierbar ist und die Instandsetzungsgeschichten zügig vorangehen, ganz in erster Linie und primär natürlich der Ausbau der neuen großen dritten Schleuse und der noch nicht ausgebauten Strecke zwischen Königsförde und Holdenau. Das wäre natürlich schön und in dem Fall dementsprechend Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.